Kann Wulf nochmal zurückkommen oder wird Bodo ihn ewig schlagen, diese Runde? Ja! Nein! Verdammt! Small Curve fahren wir hier, das ist eine der älteren Strecken. Aber die war ganz witzig, die war kurz, ne? Ja, die konnte ich beim letzten Mal überhaupt nicht, da hab ich mega verkackt, glaube ich. Ja, obwohl die so super einfach war. Bin sie seitdem auch nicht mehr gefahren, meine ich. Ja, ja, ich weiß schon, jetzt hab ich's am Ende natürlich total verkackt gehabt. Da muss man nämlich ganz weit darüber. Ja, sieht gut aus, perfekt. Und da ist er auf Platz 6, so wie's sein soll. So, heute scheinbar kein Schlag dem Bodo, sondern Schlag den Wulf. Oh, warum stell ich mich da denn immer quer zur Hölle? Es sei denn natürlich, ich geb jetzt wieder Gas. Also ich drück die ganze Zeit auf Gas. Wohl nicht genug, junger Palawan. Oh, voll gegen die Wand. Oh, nein, nicht quer, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Mist, sonst wär's richtig gut gewesen gerade. Also ich weiß, dass ich da auf jeden Fall noch mal was verbessern kann. Dazu darf mir das aber hier zum Beispiel nicht passieren. 20. Ist schon ein Ziel gewesen? Ich? Ja. Oh ja, so verständlich, was ist das jetzt nicht bei dir? Äh, ich bin 22. Herzlichen Glückwunsch. Und ich bin immer noch nicht unter 13 Sekunden, ne, ich bin 12. Oder 13. Wie, du bist 13, das ist jetzt aber schon 13, ne? Das ist absolut kacke, dass ich wollte, also wenn ich hier nicht unter 16, äh, 12 Sekunden komme, äh, 13 Sekunden komme, dann bin ich enttäuscht von mir. Boah, der war gut, der war gut. Ah, war der, äh, den Rest schlecht gefahren. Fährst du links oder rechts rum? Rechts. Ja. Ich auch. Links, glaube ich, ist nicht sehr sinnvoll, oder? Keine Ahnung. Oh, fuck, ist ganz schlecht. Oh. Ich probier's mal, ich probier's mal links, einfach nur als, um zu provozieren. Ne, ist kacke. Oh, nur noch 24, das gibt's doch nicht. Was für ne Zeit hast du denn da hingelegt? 13, 15. Oh, das, komm, 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 da kann man noch was mit anfangen, komm. Was? Wo zur Hölle fliegst du denn jetzt hin? Ey. So, hier hoch, so weit, so gut. Aber hier muss es noch ein bisschen besser laufen. Ey, ich krieg diesen scheiß letzten Sprung nicht hin. Das kann ja wohl nicht angehen. Ja, der letzte Sprung ist irgendwie so ein bisschen tricky. Ich schaff's nicht unter 13 Sekunden. Das ärgert mich enorm, weil ich genau seh, dass ich's schaffen kann. Meine Bestzeit war hier 13, 24. Ja, mein Gott. Ja, und nicht so viel besser. Für dich reicht's, aber... Nein! Oh, mit was von der Kante bin ich jetzt da hingeblieben. Oh, fuck. Komm, 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 komm. Jetzt darüber, ja, ja, komm! Ach, wie denn nicht? Warum bin ich denn langsamer? Warum bin ich denn langsamer? Ja, ganz genau, das ist die Frage. Zum Kotzen, ey. Ich glaub, ich muss den Knopf einfach nur weiter reindrücken. Und am Ende wieder verkackt. Ich weiß nicht, warum ich am Ende langsamer werde. Satz blickst. 36! 60, 61, 62. Was, du bist auf Platz 62? Nee, 61. Mit nur 9 Hundertstelunterschied. Ja, die fahren hier alle die gleiche Zeit quasi. Ja, und genau deswegen, seht ihr, wegen solchen Zahlen hier, finde ich so viele Leute einfach unglaublich kacke. Das ist einfach nicht sehr schön. Und es gibt auch einfach so wenig Punkte für alle. Das werde ich beim nächsten Mal wieder reduzieren. Ganz klar. Da möchte jemand, dass du ihm gute Nacht sagst. Tja, ich bin leider kein Mama-Ersatz. Aber die Brust gibst du schon, oder? Ich lasse mir gern die Brust geben, ja. Ach so, warte. Vielleicht auch nachher noch. Aber das ist ein anderes Thema. Soviel zum Thema Gute Nacht, ja. Apropos, da gucke ich doch glatt mal. Ah, körperliches Wohlbefinden. Alles klar. So. Was zur Hölle? Äh, nein. Stop Yourself, Bodo. Und wieder eine neue Map. Hölle. Okay, das ist wohl mit Stop Yourself gemeint. Oh, gib doch Gas, Junge. Alter, da bin ich jetzt mindestens 15 Sekunden gestanden, so gefühlt. Ja, genau, 15 Sekunden. Bin aber lange gestanden. Ich glaube, das geht auch anders, oder? Ja, zum Beispiel so. Oh, das war nice. So, wie geht's jetzt hier weiter? Das ist ja sogar mit Offroad-Parts hier. Hey, ich stricke es mir hier so ein bisschen. Oh, jo. Ja, das war's dann wohl. Oh, ich fahr jetzt mal ruhig. Oh, der Bodo, äh, der BFC ist auffällig verwirrt. So, genau, ein bisschen schräg nehmen. Nee, ich mach so ein Ding. Oh, der Bodo hat's geschafft. So. Äh, das, das am Ende sieht ziemlich krank aus. Nein! Stop Yourself! Nein, Mann! Wie, nein, Mann? In, dem, in wie vielen Parts Trackmania habe ich gelernt, dass es darauf ankommt, einfach nur... Oh, jo. ...einfach nur aufs Gas zu drücken und jetzt soll ich hier, äh, nee, yourself stoppen. Dreh ich ja irgendwie nicht ein. Oh, ja, 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 geil, auf die Bremse gekommen und das ist Platz Nummer 15. Immerhin. So, gefällt mir doch schon besser. So, hier geh ich jetzt ein bisschen runter vom Gas. Ach, man kann natürlich auch einfach so fahren. Da spart man dann halt auch mal einen Haufen Sekunden, ne? Wie das jetzt noch fehlerfrei schaffen würde. Oh, jo. Was für ein Arsch. Und den letzten musst du mit voller Geschwindigkeit nehmen, oder wie? Ja, auf jeden Fall. Sonst sehe ich da, äh, keine guten Karten. Fuck. Fuck, jetzt war ich richtig gut und dann habe ich das voll verkackt jetzt hier. Ne, ich finde die Träge kacke. Ich finde das alles kacke, was du nicht kannst. Das ist auch für den Grund. Ja, komm, zeig mal die Skills, Bodo. Täuscht den BFC nicht. Ich arbeite mal. Oh nein, nein, ey, was für ein Pech muss man eigentlich haben, verdammt. Ja, leck doch am Arsch, so ungefähr. So, Vollspeed, runter vom Gas, in die Kurve. Und Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ja, 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 Mai auch, Mai auch. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht verdammt gut aus. Zwischenzeit 34. 35. 35. 35. da bin ich gerade, also da stimmt ja was nicht. Achso, das liegt daran, dass ich jetzt 22. bin. Was bist du denn für ein Arsch? Ich habe am Ende so viel verkackt. So viele Sekunden. Ich habe am Ende so viel verkackt, ey, das wäre so viel geiler gewesen noch. Das muss ich jetzt machen. Ich bin im Ziel, wow. Ja, so geht es natürlich auch, indem ich mit dem Wasser arbeite. Aber das verlangsamt mich dann schon mal zwei Sekunden. Ja, und das... Oh, und jetzt gleich darüber, gleich darüber, gleich darüber, gleich darüber. Schaffen wir das? Oh, am Checkpoint vorbei. Naja, das kann ich dann natürlich vergessen. Scheiße, das war der letzte Versuch, ne? Fuck. Ja. That is really, really bad. Wee! Ja, machen wir noch ein bisschen. So, ne? Rind forever? Was? Forever? Rind. Rind! Ja, Rind. Ich frage dich. Also... Nerdnussbutter, okay. Ah, wieder nicht Seite 1. Wo sind... Ach, das Wiener Schnitzel. Ach, das Wiener Schnitzel. Ja. Krieg wenigstens Punkte. Yay! Wie? Yay. Nerdnussbutter. Verdammt. Ja, Bodo, was da los? Platz 48, das gibt natürlich zu Recht keine Punkte. Warum? Ich bin besser als die Hälfte... Mehr als die Hälfte der Leute. Stimmt, ja. Das ist natürlich korrekt. 69 sind schlechter als ich. Respect. Das darfst du nicht vergessen. Ne, ich hab's im Hinterkopf. So stark fertig machen. Das verletzt doch irgendwann auch meine Gefühle. So, ich glaube, jetzt kommt einer deiner Lieblingsstrecken. Oh, nee. Oder auch nicht. Ich weiß es gerade gar nicht, was das für eine war. Haben wir die schon mal gemacht? Die haben wir... Keine Ahnung. Also, ich hab keine Personal Best Time. Ich auch nicht. Aber die sieht so ein bisschen so aus wie die... Wow, fuck, was hat mich denn für eine... Wow, what the f... Okay. Ich wechsle mal die Kameraeinstellung. Irgendwie war die letztendlich so günstig. Ja. Dezent. Und zwar so und dann so. Ja, nein. Ah, verdammt. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ah, ja, ich bin auch nah dran. Die ist tricky. Die ist tricky. So, jetzt. Jetzt. Ja, ja. Frage, wie sie ist, wie die weitergeht. Nein. Kein Wunder, dass... Ich... ...hasse diese Scheiße. Kein Wunder, dass ich hier keine Personal Best Time hab. Ach, das war das mit dem Loch, oder? Am Ende. Scheiße, ja, dann weiß ich auch wieder, was für eine Strecke das ist. Ja, Mann, ich bin drin. Nee. Nein, ich bin raus. Scheiße. Äh, bin ich schon drin? Oh, war ich so nah dran, ey. Fuck. Das war auch nicht gut. Ups, das war natürlich nicht so gut. Ah, das Ende ist richtig ätzend. Noch ätzender als, äh, das Loch. Ups. Die Kameraperspektive war lustig. Das sah gerade einfach nur cool aus. Oh, 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 oh. Hey, jetzt krieg ich nicht mal mehr das hin. Ja. Okay, das krieg ich so weit hin. Ja, hier fahr ich aus der Ego-Perspektive doch schon deutlich besser. Yeah. Ja. So, und jetzt hier rüber, da rüber. Dann nahe ich das Loch rein, wenn's geht. Ja, und dann muss ich unten bleiben, ne? Ja, 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 nein, 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 nein. Oh. Dammit. Ah, ich kann das auch noch schaffen. Ich hab's noch nie geschafft, das kann doch nicht wahr sein. War immer kurz davor, glaub ich. Immer kurz bevor ich's geschafft hab, war die Strecke... Nein, eine Kante. Eine Kante. Die verfluchten Kanten. Immer und immer wieder machen sie einem das Leben zur Hölle. Ja, schon, gell? Drei Meier in die Bezüge und Alkoholose. Ach, so lang schon. Ich bin erstaunt, dass ich's immer wieder in das Loch reinschaffe. Und dann verkacke. Ja, ja, das war unglaublich witzig. Oh, ja, da passt er sich dem BFC an, ich seh schon. Ach, leck mich, ja. Jetzt hab ich nur noch maximal zwei Versuche. Scheiße. Das kann man so gut schaffen, man. Ich will das schaffen, ich schaff das. Egal, welche Zeit, ich will das einfach mal durch. Weil an sich find ich die Strecke einfach entgeil. Nein, und schon wieder fliegt er nicht ins Loch. Also ganz ehrlich, das Loch ist... Vielleicht sollte ich mir lieber Öffnung sagen. Da muss ich nicht so sehr lachen. Also das find ich ja mittlerweile... Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Und wie geht's jetzt weiter? Ach Gott, da kommt ja nochmal so ne Scheiße. Und dann, und dann, und dann. Hält sich da oben, bitte. Bitte, ja. Ich schaffe es zum ersten Mal, Eva. Aber nur 24, das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Egal, ich bin durch. Ich bin bitte hingeflogen. Verdammte Kacke, ich hasse die Strecke. Wie kann ich denn bitte 20 Sekunden länger gebraucht haben? Als, äh... Ich hab ihn hier irgendwo, ja. Als, als der Local Record, bitte. Wie denn das? 20 Sekunden! Da gibt's doch garantiert noch irgendeine Abkürzung, oder? 100%ig. Da, siehst du, die... ...greifen sich doch schon selbst an, hier im Chitani-Band. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Naja. Aber, Platz 36. Nicht ins Ziel gekommen, aber Platz 36. Das riecht ja nach Punkten, nicht wahr, bei dir? Oh. Naja, immerhin krieg ich noch ein paar Groschen. Wie unfair. Naja, weiß nicht, ob das jetzt so unfair ist. Aber hauptsache, ich hab die Strecke geschafft. Ich hab ein Erfolgserlebnis. Fuck yeah!